Oha, ey, 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 Geister! Ah, er ist bei mir! Mach mir so Angst, ey, mach mir so Angst! Ey, ey, guck mal, guck mal da aus dem Fenster! Übrigens wird dieses Video gesponsert von War Robots. Bei War Robots handelt es sich um ein taktisches Multiplayer-Spiel mit viel Action- und Teamkämpfen. Das Spiel War Robots gibt es für Android und IOS und bereits über 100 Millionen Spieler haben diese App runtergeladen. Es gibt eine mega große Anzahl an verschiedenen Robotern mit verschiedenen Waffen. Zudem gibt es extrem große Kombinationsmöglichkeiten von Roboter und Waffen. Sprich, ihr könnt eure eigene Kampfmaschine zusammenbauen, die einfach zu eurem Spielstil passt. Das Spiel hat eine extrem heftige 3D-Grafik und das Tolle bei diesem Spiel ist, es kommen wirklich immer neue Updates, sprich neue Roboter, neue Waffen und neue Designs. Lade dir jetzt War Robots in der Videobeschreibung runter, denn dann bekommst du direkt ein richtig heftiges Starter-Paket. Und das bekommt ihr halt nur über diesen Link unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr euch das normal runterladen wollt, dann bekommt ihr eben nicht dieses heftige Starter-Paket. Ihr bekommt einfach direkt den Kozak-Robot mit einem einzigartigen Skin dazu. Und das ist direkt ein Roboter, den man wirklich in jeder Situation nutzen kann. Dann ist da noch ein großes Paket mit vielen Waffen dabei. Und 100 Gold und 400.000 Silber, meine Freunde. Also checkt das Spiel jetzt aus, meine Freunde. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt natürlich viel Spaß bei dem Video. Ey Bruder, ich mach jetzt ein Michael-Jordan-360-Dunking, Alter. Boah, bei mir geht heute irgendwie gar nichts rein, Alter. Alter, miese Zeiten. Und? Ey, lass erst mal was essen, oder? Boah, ich hab auch langsam richtig Hunger. Das wird nicht mehr jemand was gut sein. Komm noch einer und? Ey, Bruder, das wird heute nichts mehr, weil ich dir ohne Spaß... Ey, wir brauchen echt noch mal was zu essen vorher. Lass mal, oh, Dürr-Burger-Regel. Hast du echt Lust drauf? 4 Stunden Lauf, Alter, ja, Mann. Ja, okay, lass mal hin, ey. Boah, aber hast du überhaupt Geld dabei? Äh, ja, 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 klar. Äh, okay, ich wollt grad sagen, ich hab gehört, auf deinen Nacken heute. Bruder, mein Nacken wird rot sein, Alter. Weil ich heute verloren hab, ey, da musst du mich noch irgendwie trösten. Ja, ja, komm, heute mal auf meinen. Boah, ich hätt schon so richtig Bock auf einen Double. Boah, hier ist einfach nichts los, ne? Ey, kommt der Lars. Besser für uns, ja? Boah, warte mal, was können wir uns? Ein Double Dürr-Burger oder so? Klingt auf jeden Fall leis. Boah, vor allem das Eis, Junge. Puh, aber ist schon teuer hier. Bruder, Bruder? Ja, ja? Hörst du das? Hä? Hallo? Hallo? Ihr müsst hier, ihr müsst hier verschwinden hier. Ihr müsst hier weg. Was, was, hä? Ihr müsst hier direkt weg. Wieso, hä? Ey, ey, bleib stehen. Was ist denn das für ein Verrückter, Alter? Ey! Hä? Warte. Bruder? Digga. Die Tür klemmt. Es tut mir leid, aber egal, was passiert. Passt auf die Truhe unten im Keller auf. Ey, lasst uns mal raus hier. Es tut mir leid. Was tut dir leid? Ey! Lass mich mal an die Tür, lass mich mal an die Tür. Ey, die öffnet dich nicht, Mann. Bruder, du hast doch normalerweise 50er Bizeps, Mann. Dann reißt du die Tür noch auf. Boah, ey, es geht nicht. Warte, komm, mit Anlauf, mit Anlauf. Und... Junge, nichts öffnet sich. Bruder, ich... Drehe die Tür ein. Hä? Hä? Digga, hörst du die Geräusche da hinten noch? Warte, warte, lass mal abchecken. Was ist hier los? Bruder, ey, wir müssen hier weg. Wir müssen hier irgendwie weg. Hallo? Oha. Oha. Oh mein Gott. Oha, Bruder. Digga, komm rüber, komm rüber, komm rüber. Ey, was ist das? Komm, komm, wir müssen mal gucken. Er hat irgendwas gesagt von der Kiste, aber wen sollen wir nicht heranlassen? Bruder, was ist hier los? Wir kommen hier nicht mehr raus. Die Geräusche kommen irgendwo von... Oh, oh, oh mein Gott. Oh, Bruder, los, 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 los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bruder. Dimex hier und damit herzlich willkommen zu einer weiteren 24 Stunden Geister-Talange. Der erste Part kam mir mega krass bei euch an. Heute ist auf jeden Fall wieder Kidmaid mit dabei. Was geht ab, Leute? Yeah, yeah. Und dann sind da natürlich noch unsere Geister. Da ist einmal Blaze und Odoman Peach. Was geht? Bonso, meine kleinen Beis. Tschüss, Junge. Wir müssen natürlich immer 24 Stunden hier überleben. In dem Falle sind wir im Dürr Burger drin. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, lasst die Geister-Stunde beginnen. Wer den Erklärungspartner nicht kennt, hier auf jeden Fall nochmal. Und dann würde ich sagen, let's go, Leute. Wir haben das Ganze ja schon mal in einem Geister-Horror ausgemacht. Und jetzt dachten wir uns, machen wir das Ganze einfach mal im Dürr Burger. Übrigens könnt ihr jetzt hier noch den Kommentar des Gewinners eingeblendet sehen von der aktuellen Gewinnspielwoche. Ihr wisst ja aktuell jeden Tag eine 20er PSN-Card. Also schau auf jeden Fall jetzt mal die nächsten Tage bei dir in Instagram Direct Message rein. Da bekommst du einen Code geschickt. Wenn ihr wie immer mitwochen wollt, dann verprügelt den Like-Button. Würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr mich supporten würdet mit einem Like. Und schreibt einen Kommentar, warum ihr eine PSN-Card gewinnen wollt. Und natürlich noch mit eurem Instagram-Namen. Vergesst jetzt auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, let's go, meine Freunde. Okay, Bruder, ich hab keine Ahnung, was hier los ist, ne? Die Sache ist, irgendwie hat er vorhin gesagt, dass hier eine Kiste ist, die wir irgendwie entdecken müssen oder so. Soll ich erst mal schauen? Ja, hier muss irgendwo eine Kiste sein, die wir beschützen müssen. Also er meint, er ist ja im Keller. Im Keller, ne? Im Keller, ja, ja, genau. Dann lassen wir ja gleich gucken gehen. Boah, hier liegen einfach Waffen rum. Oha, Mann, oha. Ich fass die erstmal nicht an. Nicht anfassen, Bruder, wir wissen nicht, was damit zu tun hat. Ja, 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 die leuchtet so krass. Ja, Mann, lass die am besten mal. Da kommt doch irgendein Staub raus. Keine Ahnung, was hier los ist, Mann. Und hier sind überall so eine Waffen, Alter. Ich würde sagen, lass sie einfach mal ausrüsten am besten. Denkst du, wir können die einfach nehmen? Ja, klar, Bruder. Wir sind ja eingesperrt, die müssen wir doch hier rauskommen. Ich sag's mal so zur Sicherheit nehmen, wie die einfach, falls irgendwas passieren. Weil die ganzen Geräusche da oben, die waren auch echt komisch. Boah, Bruder, fallen, Alter. Sollen wir auf Nummer sicher gehen und fallen legen? Lass alles mitnehmen, was wir finden. Okay, okay, komm. Komm mit nach oben. Ja, Mann. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Boah, okay, hier liegen noch mehr Fallen. Ich würde auf jeden Fall sagen, lass auf jeden Fall trotzdem die Kiste beschützen. Ja, ja, safe, safe, safe. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob wir dem Typen trauen sollen oder nicht, aber zur Sicherheit lass es einfach mal machen. Oha. Oder, oder, oder denkst du? Hast du das gerade gehört, Bruder? Hallo? Ich werde dir mal Fallen platzieren, okay? Ich hör's, ich hör's, ich hör's, ich hör irgendwas. Oha, Bruder. Oha. Ey, Bro, Bro. Oha. Bro, hier, nimm doch eine Falle, nimm doch eine Falle, nimm doch eine Falle. Ey, ey. Oha. Schießt du oder was? Ja, ja, Bruder. Mach die Geister weg. Oha. Die Falle hat geregelt, Bruder. Die Fallen helfen, aber ich weiß nicht, ob wir den Schaden machen überhaupt. Äh. Bestimmt, oder? Also, wenn die Fallen lassen können. Oha, hier ist noch einer. Oha, oha, Bruder. Schaffst du denn eine? Du musst runterkommen, du musst runterkommen, du musst runterkommen. Wow. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, okay, okay. Ich werd, äh, hast du, du hast auch noch eine Falle, ne? Ja, ja, ich hab noch drei Stück. Ey, hast du mal auf den Dachboden geschaut, auf den Speicher? Oha, stimmt. Was macht ihr? Kommen wir überhaupt da hoch? Hier, komm her, komm her, komm her, komm her. Wir können hier die Wand durchschlagen. Komm her, komm her. Ey, warte schön. Ich hab die beste Idee. Ey, ey! Oha, okay, ich hab ihn, ich hab ihn. Alles gut, alles gut, alles gut. Okay, krass, okay, krass. Ich hab dich, Bruder. Komm her, hier drauf. So, dann lass mal hier einfach dagegen schlagen. Boah, hoffentlich funktioniert das. Wow. Sehr schön, Junge. Ey, oh. Ey, ey, die Geister sind, ey. Oh mein Gott. Komm wieder rein, komm wieder rein. Ja, lass rein, lass rein an die Kiste, Bruder. Wir müssen die Kiste protekten. Ich glaub, wir haben uns irgendwie ein... Tsch, tsch. Ist die Kiste noch da? Ist die Kiste noch da? Okay. Oha, Digga, die können ja auch durch alle Wände und so. Also anscheinend hat der Typ irgendwie recht gehabt, dass wir die Kiste beschützen müssen. Aber warum denn? Aber warum? Warum? Ich weiß auch nicht, was damit auf sich hat, Leute. Ich würd die so gerne öffnen, ne? Lass mal hier warten. Lass mal am besten... Oder nein, lass hoch, lass hoch, lass hoch. Ja, komm mit, komm mit, komm mit. Oha, ey, ey, ey. Geister. Ich schaff dich. Komm, schlag in meine Gegend. Wo ist er, wo ist er? Ist er tot? Ich weiß es nicht. Haben wir ihn getötet? Ich hab auch keine Ahnung, Leute. Oha, er war noch hier. Er war noch hier, die Falle. Ach, du Scheiße. Flieger Pies, Mann, pass auf, pass auf. Oh, 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 oh. Oh, vollidiot. Oha. Ach so, ey, ey, es sind wieder da. Geht weg von mir aus. Ah, er ist bei mir. Der macht mir so Angst, der macht mir so Angst. Der macht mir so Angst. Ey, ey, Bruder, ich glaub, der ist durchgekommen. Oha, nein, die Falle, die Falle, die Falle hat ihn gefallen. Ja? Okay, gut. Nein. Oha. Nein. Ey, ey, guck mal, Bruder, guck mal da aus dem Fenster. Oha. Oh mein Gott. Ey. Ey, ey, hier ist auch einer drin. Was für der Typ. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Krass. Boah, ey, da drin. Ey. Junge, der hat uns gerade richtig abgelenkt. Denkst du, er hat uns hier reingesperrt? Ich weiß. Bruder, ich hab keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Wir brauchen irgendwie einen Plan, Max. Wir brauchen einen Plan. Wie kommen wir hier am besten raus? Die Türen sind alle zu. Wir könnten es. Denkst du, denkst du, oh mein Gott, schau dir wieder. Denkst du, jetzt was Explosives vielleicht im Haus, wo wir uns raussprengen können? Boah, das wäre perfekt. Wir müssen irgendwas für... Boah, ey. Ey, beide bleiben hier oben. Wo, wo? Oh mein Gott, oh mein Gott, komm in den Keller. Ja, ja, die wollen ja in den Keller. Ihr seid verflucht. Die gehen runter, die gehen runter. Sind die unten? Ey, ich bin feiß, ich bin feiß. Boah, okay, ich hab ihn. Einer ist weg, einer ist weg. Aber es kommen auch immer wieder neue. Es hört auch gar nicht mehr auf. Komm runter, komm her, komm her. Okay. Komm her. Ich tue uns, was uns gehört. Wo seid ihr? Kommt raus. Ich höre dir ganze irgendwelche Stimmen im Kopf. Hörst du die auch? Ja, ja. Lasst uns Basketball spielen. Oh mein Gott, die Sache ist, Max. Guck mal, was ich gefunden habe vorhin. Das habe ich noch gar nicht dir gesagt. Hast du gar nicht gesagt? Ja, warum sagst du mir das denn nicht? Das ist unser Ticket da raus, Mann. Boah, ich sehe da hinten einen auf dem Basketballplatz. Ganz klein da hinten. Lasst uns Basketball spielen. Ihr habt keine Chance. Bruder, hörst du das? Gebt uns die Truhe. Ich höre wieder. Ey. Oh mein Gott. Ey, Bruder, die sind hier. Oh mein Gott. Ey, die wollen an die Truhe. Ich muss unbedingt die Pfeile noch setzen. Oh mein Gott. Warte mal, die können ja auch durch den Boden gehen. So, so, so. Ich schaue in den Keller. Ich schaue in den Keller. Ja. Bleib bei der Truhe. Einer muss bei der Truhe bleiben. Boah. Okay, ich glaube die Pfeile hat zugestanden. Sehr schön. Okay, so weit, so gut. Haut ab, Mann. Was denkst du, wie lange dauert das noch? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich glaube, wir müssen warten bis zum nächsten Tag. Ich habe auch nicht unendlich Munition. Ja, Mann. Aber es wird dann zum Beispiel auch heller. Gebt uns den Schatz vom verfluchten Ben. Was? Verfluchter Ben? Ey, Bruder, die sind wieder hier drin. Oh mein Gott. Gebt uns den Schatz. Dann müsst ihr euch holen. Wir haben ihn schon. Wie? Hast du noch irgendetwas anderes? Oha. Wie? Wie, die haben den schon? Ne, ne, ne. Alles gut, alles gut. Wir haben ihn nicht. Ey, der Schatz ist schon. Okay. Anscheinend wollen die uns irgendwie verarschen. Die wissen, glaube ich, nicht, dass sie easy durch den Boden gehen können, Alter. Soll ich mal umsch... Ey. Boah, Fall hat ausgelöst. Ey, einer ist hier. Oh. Boah. Okay, ich glaube, langsam haben sie gecheckt, dass sie durch Wände gehen können. Ja, Mann. Alter. Bruder, ich wollte doch einfach nur Basketball spielen, Alter. Ey, ich weiß auch nicht, was hier gerade abgeht. Gebt uns den Schatz. Ey, er ist hier. Okay, ey, bleib stehen, bleib stehen. Wir reden, wir reden, wir reden, wir reden, wir reden. Gebt uns den Schatz. Warum? Was wollt ihr denn hier? Seid verflucht. Warum? Noll killstreaks. Wow. Wow, hau ab hier. Ernst. Denkst du, dass die Geister der Fortnite-Noobs... Ey, ich bin ernst. Denkst du, dass die Geister der Fortnite-Noobs... Ich glaube auch, Mann. Ich sehe von denen. Zu kurz Zeit war er gerade zu erkennen, Mann. Äh, hast du den hingeworfen? Nein. Safe? Ja. Ich auch. Oha. Oha, Bruder, die sind hier, die sind hier, die sind hier. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass die mich zuerst wollen. Defende die Kiste, Bruder. Wir holen uns alles. Wir holen uns den Dunkelhäutig zuerst. Oha. Ey! Oha, das war knapp gewesen, Bruder. Ey, aber ohne Scheiß... Wir sind unsterblich, Bruder. ...unbedingt wissen, was in dieser Kiste drin ist. Sollen wir einfach mal reinschauen, Bruder? Jetzt mal ehrlich, wenn Leute wie die diese Kiste unbedingt haben wollen, warum sollten wir die nicht kriegen? Nein. Das stimmt. Und außerdem hat diese komische Tustensfone einfach hier alleine gelastet. Sogar die Tür und hat sie abgeschlossen. Ey, Bruder, du siehst gerade so Gangster aus mit dieser Doppi-Pistole, wie du mich anschaust. Ja, egal. Ey, warte, 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 ganz kurz. Hörst du? Schritte. Wow. Und Explosion. Nicht schießen. Warte, warte, warte. Sollen wir das mal benden? Ja, ja. Einen Moment. Einen Moment, schau mal, siehst du das? Die sind hier, die sind hier, die sind hier. Ja, irgendwer ist oben. Gibt es uns sonst? Ey. Was wollt ihr? Den Schatz. Ihr kriegt ihn aber nicht von uns. Ey, ich glaube, langsam haben wir keinen anderen Ausdruck mehr. Wir haben keinen anderen Ausdruck. Lass einfach reinschauen, okay? Okay, bist du... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ey. Schnell, 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 schnell. Mach Kiste auf, mach Kiste auf, Bruder. Drei, zwei. Oh. Oh, ey. 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 Oh, ey.